hallo freunde ich werde euch dieses jahr versorgen mit neuen videos neuen songs nach möglichkeit so ist der plan ich habe einiges im petto alte sachen neue sachen bereits im kopf und in diesem sinne wünsche ich euch viel spaß mit all dem was da kommen wird ich hoffe es wird realisierbar sein manchmal kommen ja doch die kleinen oder größeren dinge dazwischen aber falls dem nicht zu sein wird wird euch einiges erwarten hier direkt von flavio bis dann